Der Ex-Präsident der US-Bluttestfirma Theranos, Ramesh Balwani, genannt Sunny, muss für zwölf Jahre und elf Monate ins Gefängnis. Ein Gericht im kalifornischen San Jose verhängte am Mittwoch das Strafmaß gegen den 57-Jährigen. Eine geschworene Kammer hatte ihn bereits im Juli wegen Verschwörung und zehnfachen Betrugs verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich Balwani mit seiner Ex-Partnerin und Firmengründerin Elizabeth Holmes abgesprochen, um Investoren aus dem Silicon Valley zu täuschen. Theranos warb mit einer vermeintlich revolutionären Technologie für besonders schnelle und kostengünstige Bluttests. Eine Maschine sollte angeblich anhand weniger Tropfen Blut hunderte Krankheiten erkennen können. Später brachten Recherchen des Wall-Street-Journals ans Licht, dass die Geräte gar nicht funktionierten. Holmes, die einst als jüngste Selfmade-Milliardärin gefeiert wurde, war bereits im Januar wegen Betrugs schuldig gesprochen worden. Vor wenigen Wochen wurde sie zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.